Sekunde ich mache das mal kurz über das andere Tab, weil wenn ich das jetzt über den Tab mache, wer weiß was man da alles sieht. Ah hier, perfekt. So, Leute, hier, hier, Fragen an Drache. Hier steht unter anderem auch drinnen, was mein Lieblingsessen ist, hier steht drin, was meine sonstiges Zeug ist. Einfach mal auf meinen Blog gehen und einfach mal Fragen an Drache nehmen. Okay? So. Wie wäre es denn damit? Lieblingsband und welches Monster trinkst du am liebsten? Ja, wie gesagt, lies meinen Blog, dann weißt du es. Da steht alles drin, was du wissen müsstest. Wieso, oder möchtest, wieso machst du keine Drachen läuft oder Drache radelt mehr? Ich mache das, bloß ich lasse nicht hoch. Und ich mache das nicht mehr, weil ich keinen Bock drauf habe. So. Am Zustand der, am Zustand des T-Shirts, das Buddha-Golems, okay, du hast mich schon beleidigt, fliegst du direkt raus, lese ich gar nicht weiter. So, äh, warum schlägst, warum schlägst du Frauen? Fliegst auch direkt raus ohne Kommentar. Hast du die, was, hast du die Gelegenheit umzuziehen und würdest du diese Chance nutzen? Bleib stark. Nein, würde ich nicht. Äh, was ist dein Lieblings-Eis? Gleiches Spiel wie gerade, schau meinen Blog an. Wo wohnst du? Ganz ehrlich, die Frage ist so dumm, die kann ich nicht mehr blocken, so dumm ist die. So, Spam. Kommt jetzt drauf an, das ist guter Spam, das ist schlechter Spam. Würdest du bei Minecraft warum mitmachen? Nein. Kannst, was, kennst du mich, kannst du mich grüßen? Nein. Äh, warum? Weil ich ein fetter Buddha-Golem bin, der total egoistisch und arrogant ist. In welchem, in welchem Bundesland würdest du ziehen, wenn, was, du ziehen, wenn nicht Bayern? In Kainz, ich bin in Franke. Äh, was war für dich der glücklichste Moment auf, was in deiner YouTube-Karriere? Einer der glücklichsten Momente in meiner YouTube-Karriere war der Moment, als tatsächlich jemand zu mir auf der Straße gekommen ist, gesagt hat, dass ich nicht aufgeben soll, dass er es voll krass finde, dass ich diese ganze Scheiße mitmache, dass ich diese ganze Scheiße erlebe, dass ich diese ganze Scheiße überlebe vor allem und dass ich ihm Kraft gegeben habe. Er wollte sich umbringen, hat sich dann danach Hilfe gesucht und hat sich dann Gott sei Dank davon abwenden können und hat sie mittlerweile, oder hatte da zu dem Zeitpunkt zumindest ein recht gutes Leben, hat einen Job gefunden, hatte sogar, glaube ich, ein Mädchen, an dem er interessiert war und die ihn nicht verarscht auch anscheinend, die er auch anscheinend schon jahrelang gekannt hat irgendwie und eben sein Leben auf die Reihe gekriegt hat und dann Gott sei Dank sich nicht umgebracht hat. Er hatte unter Mobbing zu leiden, ähnlich wie ich, und ähnliche Situationen oder andere Situationen, aber ähnlich hat wie bei mir. Und das war einfach ein richtig geiler Moment für mich, der mir gezeigt hat, boah, ich finde das richtig geil, dass ich Menschen so inspirieren und motivieren kann. Auch wenn ich immer wieder sage, macht euch nicht auf jeden Fall, macht euch mich auf jeden Fall nicht zum Vorbild, bitte. Ich möchte das nicht. So, wie viele Beine hatte Jesus? Gar keine, er ist übers Wasser gelaufen. Das war so eine dumme Antwort. Kannst du eine, was, bist du ein Random mit einem dummen Aussage? Bist du ein Random mit einem dummen Aussage? Check ich nicht. Jetzt bin ich dafür. Wo ist dein Penis? Im Fett versunken. Wer ist der größte, was, wer ist das größere F-chen? Mario oder Ezio? Link. Definitiv Link. Wie viel Zucker schmeißt in der, schmeißt in den Kaffee rein? Nein. Mal sehen. Zwei im Frühstück, zwei im Mittag, vier im Abend, zwölf pro Tasse. Voll die dumme Rechnung. Kannst du, und nein, das war nicht ernst gemeint. Ich weiß nicht, wie viel ich reinhau. Ich hau zwischen drei und fünf Stück rein. Kommt auf die Tasse an, kommt darauf an, wie ich gerade drauf bin. Kannst du mal Kampfsport-Videos drehen? Da du ja Erfahrung damit hast, stelle ich mir das recht cool vor. Liebe Grüße. Kampfsport-Erfahrung habe ich, aber das ist über neun Jahre her oder zehn Jahre sogar. Ich weiß es nochmal. Moment, ich bin jetzt 29. Ja, das ist zehn Jahre her in etwa. Vielleicht, vielleicht acht Jahre, äh, vielleicht neun Jahre. Gut, ähm, Entschuldigung, das war zu weit. Äh, was hast du für eine Grafikkarte? Karte. Wie, warum schreibst du Karte so scheiße? Alter, weg mit dir. Äh, wieso denkst du, Moment, wieso denkst du, hast du, hast 100k Abos verdient? Was denkst du, hat Excel richtig gemacht und du falsch? Er hat sein Fett genutzt. Und es seufzt sich die Hucke voll, dass er auch, ja, irgendwann einen Leberschaden und einen Herzinfarkt gleichzeitig kriegt. Und tut mir leid, ich bin auch fett. Aber ich sauf mir wegen euch nicht die Hucke voll, das könnt ihr vergessen. Das würde ich den Hatern nicht einmal als Gefallen tun, wenn die Hater noch 200.000 Mal drauflegen würden. Äh, wann wirst du mal wieder World of Warcraft spielen? Und noch eine Spieltipp für deine LP Kanal Far Cry 5. Nein. Und World of Warcraft spiele ich aktuell nicht mehr. Wenn du doch dauernd belästigt wirst, zieh dich einfach um. Moment, das muss ich nochmal lesen. Wenn du doch dauernd belästigt wirst, zieh dich einfach um. Das ist so ein geiler Schrei... Also entweder ist es ein solch geiler Tippfehler, dass ich mir gerade den Arsch ablachen könnte. Oder es ist absichtlich so geschrieben. Alter, was ist verkehrt mit dir? Wie viel wiegst du aktuell? Weiß ich nicht. Wenn du es wirklich aktuell wirst, ich weiß es nicht. Wann bekommt Paluten seinen Brief? Äh, gar nicht, weil ich seine Adresse nicht habe. Und auch dementsprechend nicht. Ich schicke das zurück, bzw. ich habe es mittlerweile schon zurückgeschickt. Äh, wieso schreibst du beginnt? Hä? Check it. Äh, welche Krankheit hast du? Legasthenie, ADS, Fettleibigkeit, schweres Hirntrauma? Keine Ahnung. Welche Krankheit hast du denn? Äh, chronisches Nervensyndrom? Also, chronisches andere Menschen Nervensyndrom? Alter, das wäre voll die geile Abkürzung eigentlich. So, äh, hält... Also nicht das Wort, ja, vergess das. Hältst... Was hält dein Hammer dieses Jahr eigentlich noch Winterschlaf? Achso, das steht Hamster. Ja, keine Ahnung. Geh dich an Scheißdreck an den Arschloch. So, warum? Äh, warum nicht? Warum ist die Banane krumm? Weil niemand in den Ober zog und sie gerade bog. Darauf habe ich sogar eine Antwort. Boah, ich bin so geil. Äh, warum hä? Ne. Block hä! Oh Gott, das wird auch ein Meme, ich werde drauf. So, ich bin so geil, ich mache ein Meme nach andern. Und wo bleibt AdSettler dein Bann? Hier, kannst du sofort haben. Erstmal deabonnieren. Nein, erst mal blocken. Hast du vor, dich irgendwann einmal zu verändern? Also, irgendwann möchte ich zur Frau werden. Die geilen Möpse habe ich erschont. Äh, Entschuldigung. Die geilen Brüste habe ich erschont. Möpse darf man ja, glaube ich, nicht mehr sagen. Obwohl, darf man Brust eigentlich mittlerweile sagen? Keine Ahnung, die Geschlechtsumwandlung steht nächste Woche an. Wie viele Fans erwartest du zu deinem Gerichtstermin? Ich weiß nicht, wovon du redest. Was wünschst du dir zu Weihnachten? Frieden auf Erden und vor allem weniger Hate. Und zwar für alle Menschen auf der Welt, nicht nur für mich. Besitzt du auch noch andere Klamotten? Nein. Warum bist du so ein Golem? Wie schreibt man beginnt? Kann man im Knast? Meinst du, es würde dir helfen, wenn man... Ich hasse diese Fehler übrigens auf YouTube. Ähm, meinst du, es würde dir helfen, wenn man dich einen... Wenn dich einer mal so richtig durchlassen würde? Habe ich dich nicht schon geblockt, du Affe? So, äh, bist du so dumm oder tust du nur so? Das ist alles nur schon, Alter. Äh, ist Barca Elon dein Lieblingslied? Dein Lieblingsland? Barcelona, mein Lieblingsland. Boah, ich hasse diese Fehler auf YouTube. So, das ist eine Aussage immer. Äh, bring dich doch bitte endlich um. Warum, äh? Äh, warum ziehst du nicht einfach um, damit die Hater, oder besser gesagt, die ständigen Besuche bei dir aufhören? Ähnlich wie bei Tanzverbot gemacht, Tanzverbot gemacht hat. Erstens mal genau deswegen, weil es Tanzverbot gemacht hat. Entschuldigung, ich habe irgendwie Sackläuse. Äh, erstens mal, weil es Tanzverbot gemacht hat und zweitens deswegen, weil es schlicht und ergreifend einfach eh nichts helfen würde. Früher oder später würde man mich wiedererkennen, früher oder später würde man wieder wissen, wo ich bin und dann würde das ganze Problem nur verlagern. Aber danke, das ist wenigstens eine halbwegs vernünftige Frage. Hast du noch Kontakt zu Emala? Der heißt nicht Emala, der hat Bäm, Alter, gesagt. Man kapiert hier das nicht, ihr Idioten. So, äh, könntest du dir vorstellen, jemals wieder ein Fantreffen oder so etwas in der Art zu organisieren? Entschuldigung, Grüßen, Fixie. Ganz ehrlich, hast du die Kommentare gelesen in den ganzen Folgen, die ich jetzt schon hochgeladen habe? Das dürfte schon die zweite sein. Äh, nein? So definitiv, nein. Ähm, im Chat reagierst du oft ungehalten, wenn man dich was fragt. Geht dich nichts an oder ist Privatsache? Sagst du dann? Ja, weil es meistens so ist. Meine Frage ist daher, was darf, was, was darf ich dich fragen? Äh, jedenfalls nichts Privates. Hätte ich gesagt. Ähm, warum hast du deine Andresse geliebt? Weil ich damals in dem Glauben war, dass es zum einen eh nichts bringen würde, wenn ich dir liege, weil erstens mal bin ich ein total uninteressanter und unwichtiger Wurm gewesen. Bin ich zwar heute noch, aber damals war ich es auch. Und noch weniger, noch unwichtiger als heute, weil damals hatte ich nämlich keine Zuschauer. Damals hatte ich 80 Abonnenten oder so. Außerdem, um jemand anderen zu beschützen. Und außerdem, weil ich gedacht habe, ich würde eh nicht so lange auf YouTube machen. Weil ich nicht damit gerechnet habe, dass ich wirklich auf YouTube irgendwann, naja, so lange was machen würde. Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Vielen Dank.